Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfachbacken, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir was Herbstliches mit einer guten Wirkung. Wir machen Igel aus einem Hefeteig, die noch belaucht werden. Ich dachte mir am Anfang, das kann man auch super mit Kindern backen, aber sei vorsichtig beim Belaugen, denn im nicht gebackenen Zustand ist die ja ätzend. Also ich würde die Kinder sicher beschenken, aber mit denen direkt backen, vor allem beim Belaugen, vorsichtig sein. Aber so weit sind wir noch nicht, wir sind beim Vorteig. Und da habe ich 100 Gramm Wasser, 20 Gramm von meiner Madre Bruno, alternativ 1 Gramm Hefe verwenden, aufschlemmen, beigeben zu 100 Gramm Weizenmehl Typ 55, alles durchmischen, zudecken und gute 12 Stunden in der Küche stehen lassen. Der Vorteig blubbert vor sich hin, ist ein Zeichen, wir können weitermachen, der steht jetzt bei mir, gute 12 Stunden in der Küche. Guck dir das mal an. Ist einfach genial. Das ist naturpur und bringt uns den vollen Geschmack in diese Laugenbrötchen. Was brauchen wir noch? 400 Gramm Weizenmehl Typ 550, 180 Gramm Wasser, 40 Gramm Butter, 10 Gramm Hefe und 10 Gramm Salz. Das Salz gebe ich erst so nach 3-4 Minuten bei, weil die Teigentwicklung etwas besser ist. Küchenmaschine starten, zuerst einmal kneten und dann später das Salz beigeben. Wenn du das Salz verzögert beigibst, ein Tipp, schon mal hier irgendwo hinstellen, nicht, dass du das vergisst. Denn, wenn du siehst, am Schluss Teig ist geknettet, es ist noch Salz obendrauf, dann weisst du, habe ich es vergessen. Wenn du es nicht schon vorbereitest, dann kann es sein, dass du es ganz vergisst. Das wollen wir natürlich nicht. Nach 20 bis 25 Minuten Knetzeit ist der Teig wunderbar fertig. Den packe ich in eine Box rein. Der ist relativ fest, das ist normal. Den kannst du auch noch länger kneten, da passiert absolut nichts. Und den kann ich jetzt schön zum Fenstertest ausziehen. Also ich habe ihn richtig schön ausgeknetet. Wenn du den nur 10 Minuten kneten willst, dann einfach einmal den umfalten während der Gare. Die ist relativ kurz, 40 bis 50 Minuten gehen lassen. Wenn er ausgeknetet ist, musst du nicht den umfalten. Aber im Zweifel hilft es natürlich immer. Weiter geht's, Freunde. Teig rausnehmen und zu 80 Gramm portionieren. Hier haben wir nicht das Problem, dass der Teig klebt, denn er ist relativ fest. Wir haben etwas Butter drin, der wird nicht kleben. Du kannst hier die Größe definieren, wie du sie gerne haben möchtest. Ich mache es jetzt zu 80 Gramm. Du kannst auch einen Riesenigel machen und ein Stück, dann so zum Tropfen. Ich mache sie etwas kleiner. Hier ist alles erlaubt, dass Spass macht. Etwas Mehl nehmen, seitlich nicht auf die Teiglinge, Oberfläche ins Mehl, rund formen. Sonst rutscht dir der Teig nur noch auf der Arbeitsfläche rum. Oben etwas reintunken, damit es dir nicht in den Handflächen klebt. Unten muss es kleben und dann kannst du die schön aufwirken. Dann nehme ich die Rumpenkugeln und drücke sie einfach auf einer Seite ab, damit so eine Birnenform entsteht. So richtig in den Spitz rein. Dann auf ein Tuch liegen und gut aufgehen lassen. Ich bin in Schale geworfen, um zu belaugen, Handschuhe, Brille. Ich arbeite mit Natronlauge, eine 4%ige Natronlauge. Die ist im jetzigen Zustand noch ätzend, wenn es gebacken ist, nicht mehr. Und was du wissen musst, das ist nicht das gleiche wie Backnatron. Dazu kannst du auf meinen Blog springen. Zu diesem Rezept haben wir noch ein paar Tipps. So, die Igel sind schön aufgegangen. Die kannst du dir auch noch im Kühlschrank absteifen lassen. Bei dieser Rezeptur hier geht es relativ easy. Die gingen jetzt noch 90 Minuten bis fast 2 Stunden auf. Wenn die das zu wenig ist, nach dem Formen in den Kühlschrank packen und dann am nächsten Tag belaugen. Ja, dann nehmen wir die Teile, reintunken, gut abtropfen lassen und auf ein Backpapier. Bei mir sind es immer 2, nicht dass das durchdrückt. Teilweise höre ich, dass das Backpapier dann klebt. Das kann auch sein, wenn die unten zu nass sind, zu wenig gut abgetropft, dann klebt das Papier. Du kannst die auch sehr gerne Dauerbackfolie verwenden. Dann 2 Rosinen oder Sultaninen vorne eindrücken, richtig tief rein. Dieses Rezept funktioniert natürlich auch, wenn du die Igel hier mit Ei anstreichst, statt belaugen. Dann kannst du sogar nach dem Formen die Rosinen schon eindrücken. Jetzt beim Belaugen ist es halt so, wenn sich da zu viel Lauge sammelt und das beim Backen nicht durchbackt, dann hast du ein Problem oder es ist dann einfach ungeniesbar. Darum beim Belaugen die Rosinen vorsichtshalber immer erst nach dem Belaugen eindrücken. Und jetzt fehlen noch die Stacheln. Dazu eine Schere leicht abkippen. Und die Stacheln hier immer versetzt einschneiden. So, jetzt auf ein Backblech ziehen. Und bei 230 Grad in den Ofen schieben. Einschieben und ohne Dampf backen. Nach einer Backzeit von 12 bis 15 Minuten kommen unsere Igel zum Ofen raus. Und die sind schon süss, oder? Richtig schön weich. Schöne Farbe. Die Spitzen schön hochgegangen. Wir haben einen wunderbaren Kontrast durch die Lauge. Cool. Superschön dieses Farbspiel. Wenn du möchtest, nach dem Einschneiden etwas Brezelsalz hinten drauf. Für Kinder so salzig. Muss man mögen. Kannst du selber entscheiden. Ich breche es auseinander. Ja, super wattig. Ja, genau das. Nochmal. Es dampft noch. Sie sind noch warm. Und genauso sind sie am besten. Dünner Kruste. Wattig, luftig, aromatisch. Typischer Laugengeschmack. Da gibt es nichts mehr anzufügen. Kommentar da lassen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Viel Spass beim Nachbacken. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.